Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 18.10.2022 und der Kerl hat seinen Kopf aus dem Sand rausgekriegt und ein kleines Sprünglein hingelegt. Sieht erstmal beeindruckend aus, ist aber noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, insbesondere aus dem Grund, dass wir das hier die letzten Wochen immer mal hatten, dass der Montag ziemlich gut war, dass es sehr, sehr, sehr gut immer wieder aussah und man dachte, jetzt endlich, der Markt fängt sich jetzt, ja, das Eintritt und so weiter und so fort. Und dann kam der Dienstag und dann kam immer ein Mal nach unten durch, einmal drunter unter den Montag und dann hat er immer alles rausgekontert. Und deswegen bin ich jetzt zum Dienstag schon gewissermaßen ein bisschen skeptisch, denn wir stehen an einem wichtigen Punkt. Wir haben dieses neue Hoch, wir haben ja gestern drüber gesprochen, auch ein 3.70 erreicht, von 3.70 kann er sich nach oben abstoßen, wenn er sich nach oben abstößt, würde er auch besser reinpassen ins Bild, einfach hier noch ein Hoch drüber setzen, weil wir hatten auch gesagt, was soll das sonst für eine Formation werden, wenn er von hier dann wieder nach unten fällt, würde komisch aussehen, würde er auch noch auf hier ein neues Tier, hätte alles nicht gepasst. So, jetzt hat er sein neues Hoch, jetzt ist es aber schlüssig, jetzt könnte es auch hier eine A, B, C sein, die dürfte dann theoretisch hier schon fertig sein, untergeordnet absolut schwachsinnig zu zählen, also es wäre jetzt auch nicht ganz richtig, aber wir hätten zumindest eine typische Erholungsbewegung, eine dreiteilige, dann hier drin stehen. So, das heißt, man muss jetzt schon gewissermaßen etwas aufpassen und deswegen würde ich schon auch sagen, sollte auf dem Dienstag doch dezent vorsichtiger sein, mit Longs und die enger Absicht. Und für mich ist das jetzt aber kein Grund, hier auf Verdacht jetzt einfach Short loszuballern, solange der Markt das nicht widerspiegelt. Wir haben das schon am Montag gesehen, gefühlt sind sehr, 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 sehr viele Short. Und ich muss auch sagen, wir haben seit langem wieder viele Zuschriften von Leuten, die ohne Stop-Loss drin hängen und die hängen aber nicht erst seit heute drin. Die hängen schon seit letzter Woche Donnerstag drin. Die sind in dieser Bewegung einmal überrumpelt worden. Und das macht der Markt ganz gerne, Leute so zu überrumpeln. Ja, dann, also wir haben auch man, also, was heißt, wir haben manchen, wir haben denen, die gefragt haben, was sollen wir machen, auch klipp und klar gesagt, Alter, das Ding, das kann dir wegrennen. Wenn der zurückkommt, nutz hier 450, 400, um Positionen zu reduzieren, um das rauszunehmen. Aber so wie der gefallen ist, mit Schluss auf Tagesende, während diejenigen sich natürlich gedacht haben, ja, warum soll ich jetzt zumachen? Der hat auf Tagestieb gestoßen, der kommt bestimmt noch mal einen Spritzer nach unten, da warte ich noch auf 300, da warte ich noch auf 270, schwupp, aufwärtsgap und weg ist er. Und das ist halt immer so fest. Das ist, das ist halt richtig gemein, weil dadurch baut er Druck auf. Und wenn er diesen Druck ausbaut, können wir zum Dienstag seit langem mal wieder eine etwas andere Situation sehen. Und das würde auch passen auf das Sentiment, was uns die Leute widerspiegeln, die mir ja gesagt haben, mir, das Scheiße macht man nicht, ja. Auch gezeigt haben, wie kommen sie da raus, aber wir kennen ja das. Wir kennen das, wir machen seit Jahren nichts anderes, als Leute zu beobachten und zu betreuen, wenn irgendwo ein bisschen Schieflagen auch vorhanden sind oder wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Ja, dafür ist man da, letztendlich. Und erfahrungsgemäß gibt es halt immer wieder Leute, die das zur Kenntnis nehmen, aber dann einfach nicht umsetzen. Und die werden halt bestraft, immer wieder. Da gibt es immer wieder richtig Prügel, sodass die da stehen, hätte ich, die kommen dann irgendwann nach zwei, drei Wochen und sagen, hätte ich doch einfach nur das so gemacht, wie ihr gesagt habt und so weiter und so fort. Das heißt, ich will jetzt hier nicht sagen, dass wir irgendwie in gewisser Massen recht haben oder sowas, sondern, dass diese Situation, die hier gerade aufgetreten ist, öfter schon mal im Markt aufgetreten ist, öfter auch schon mal diese gleiche Reaktion bei den Leuten hervorgerufen hat und im Ergebnis der Markt eigentlich immer weiter geschoben hat und sogar nicht nur ein Stückchen, sondern weit über den Schmerzpunkt noch hinaus. Und deswegen denke ich, haben wir zum Dienstag eine besondere Situation, in der wir ein bisschen demütig sein sollten und aufpassen sollten. Denn wenn der DAX sich oberhalb von 12.700 weiter rausschiebt, kann der, insbesondere wenn er vielleicht auch per Aufwärtsgab reinkommt und das wieder offen lässt, so wie am Montag, also auch richtig, richtig denen in die Fresse treten. Und zwar so, dass das auch ein bisschen blutet. Ja, und da vielleicht auch nicht mehr die Krone so sitzt, wie sie sein sollte und bleibt einen Schaden verursacht. Ja, also, ich will jetzt hier nicht sagen, dass er am Dienstag an die 13.000 ran muss, aber man sollte es einfach im Hinterkopf haben. Der Markt hat die Leute überrumpelt bekommen, er schiebt sie jetzt vor sich her, er hat auch Leute auf Short aufzwang, auch jetzt vom Montag. Wie viele haben jetzt hier Short gesucht? Ich war völlig, völlig von den Socken. Wir haben in der Morgenanalyse ganz klar, im Webinar, wir haben im Webinar am Sonntag sogar gesagt, wir kaufen am Montag noch Aktien, gucken hier, haben durchgeguckt, was kannst du noch nehmen? Weil, wenn er sich von 3,70 hochdreht und so weiter und die Leute waren alle Short am Montag, haben schon ein bisschen die Augen greifen müssen, aber kann ja jeder machen, was er will. Grundsätzlich empfiehlt er sich eher immer nicht, gegen die starken Bewegungen gegen zu handeln, sondern es ist leichter zu Shorten, wenn der Markt fällt, wenn er anfällt. Es ist aber schwierig im Kopf, das wollen wir alle im Tieflong sitzen und im Top Short. Also Shorten sie jeden einzelnen Punkt, der als mögliches Top in Frage kommt und handeln den ganzen Aufwärtstrenden und dann Short dagegen. Das ist so die Regel des Standardprozesses von Privatanlegern, typisches instinktives Verhalten einfach, das haben wir so in unserer Wiege drin, so wären wir geboren. Das heißt, wenn uns nicht irgendjemand mal beibringt, das anders zu machen, dann machen wir das instinktiv einfach so, ohne dass uns das jemand sagt. Das heißt, wenn ich mir zehn Leute von der Straße hole, die 1.000 Euro auf dem Depot gebe und die handeln lassen werde, werden die instinktiv spätestens nach einem Monat alle das Gleiche machen. Weil das einfach, das Gier, Angst und so weiter, das triggert immer wieder die gleichen Elemente und das führt zu gleichem Handeln und das sind immer wieder die gleichen Fußstapfen, die die Leute dann in den Markt setzen. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass der Markt durchaus hier, ich will nicht sagen, einen Short-Squeeze setzen kann, weil ich glaube nicht, dass es nur ein Short-Squeeze ist, aber es kann mit bei mischen, es kann durchaus mit reindrücken. Deswegen werde ich am Dienstag schon ein bisschen aufpassen, aber trotzdem beidseitig. Ich denke, es ist auch noch kein Grund gegeben, hier zu euphorisch zu werden oder jetzt auch zu leicht sind auf der Long-Seite, dass man sagt, das muss ja jetzt steigen oder das wird garantiert steigen und Long-Easy und einfach rein und laufen lassen. Das würde ich eben auch nicht machen, weil wir sind noch übergeordnet im Abwärtstrend. Wir haben noch übergeordnet, nicht die Situation, dass wir sagen, hey, wir machen ein Allzeithoch nach dem anderen. Nein, 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 wir kämpfen hier noch um eine Stabilisierung vom Jahrestief mit einer roten, fetten, dicken Jahreskerze bisher, die jetzt zwar noch drei Monate hat, aber fett, hässlich, rot ist. Und deswegen auch nicht zu viel Optimismus auf der Oberseite, also besser noch nicht zu viel Optimismus auf der Oberseite aufbringen. Wie gesagt, wir haben viele Diensttage gesehen, die weggekuntert haben. Das heißt, wie würde ich mich denn jetzt verhalten? Ich würde auf jeden Fall Long-Position eng nachtrailen. Ich würde höhere Hors durchaus nochmal für Long-Position nutzen, würde aber immer unter den Tiefst meines Subloss nachziehen, sodass ich im Zweifel, wir sagen, der geht hier auf 13.000, 12.99 oder was und der rutscht dann zurück und rutscht deutlich schon zurück, dass ich hier auch bei 8.80 einfach meinen Loggen dann mal abbreche und sage, ne, der kommt jetzt zu viel zurück. Das lasse ich jetzt erstmal, weil wir haben, wie gesagt, viele Diensttage gesehen, der ist ja hoch und dann volle Möhre wieder zurück und meist sogar und dann Montag noch drunter. Heißt für mich auch, alles, was unter 12.600 geht am Dienstag wäre, für mich erstmal, Obacht! Das ist wie das, was wir am letzten Woche Freitag gesagt haben mit der 3.70. Da ist jetzt noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen, wenn der unter 600 fällt, der kann ja trotzdem steigen. Aber es wäre so ein erster Punkt, wo ich sagen würde, ne, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen Fingerspitzengefühl aufbringen und genau gucken, wie bewegt er sich. Umso flacher der zur Seite macht, umso länger der auf der Zeitachse zur Seite schiebt, umso eher drückt er sich nochmal oben raus. Kommt hier wieder so Dynamik, wie wir das die letzten Dienstage hatten, nach unten, ja, dann lass ihn im Zweifel hier unten das Geld bei 3.70 wieder zumachen. Dort würde ich natürlich nochmal mit der Gegenreaktion dann rechnen, aber das wäre Bewegungsziel hier unten, 3.70 dann wieder. Ja, also, in dem Falle, ähm, wir sind noch in, oder wir sind, sag ich mal, in einer Umbruchsphase, wir haben übergeordnet einen Abwärtstrend, der ist auch intakt, der drückt und schiebt und macht noch, bringt immer wieder richtig, richtig Momentum auf die Unterseite rein, aber wir merken halt auch eine spürbare Stabilisierung, ein spürbares Auftreten, haben jetzt ein erstes höheres Tief und ein erstes höheres Hoch seit wirklich sehr, sehr, sehr langem wieder. Und wie gesagt, es sind viele überrascht worden, es sind viele drin, also, so würde ich sagen, aus unseren Zuschriften ist das auffällig, im Gegensatz zu den letzten Monaten und deswegen kann es auch gut passieren, dass er halt oben wirklich squeezed und wenn das kommt, ist man nicht unbedingt gut beraten, wenn man da jedes Mal Short dagegen puttert. Denkt doch an das offene Gap bei 49, sowas wäre jetzt zum Dienstag auch anlaufbar. Da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Drückt er sich runter, dreht er rum, wie gesagt, dann könnt ihr das vollkommen ausklammern. Ich möchte euch bloß darauf vorbereiten, auf was kommen kann, weil es eben in vergleichbaren Situationen öfter schon mal aufgetreten ist, dass ihr einfach vorbereitet seid. Nicht, dass ihr dann plötzlich einen Aufwärtsgap habt und dann plötzlich sagt, oh Gott, was macht er denn jetzt? Na, da gehe ich mal besser Short. Das ist ja jetzt übertrieben, weil das wäre wieder instinktive Reaktion, das kostet euch wieder noch Geld, weil dann die Positionen oben rausfliegen. Sondern wenn ihr seht, hey, der fängt jetzt hier an zu übertreiben, dann macht euch bewusst, ja, der schiebt halt die ganzen Shorts raus und das geht in der Regel dann eben immer noch ein paar Stückchen weiter. Ja, deswegen erzähle ich das. Nicht, weil der Markt jetzt steigt, bis 13.000, sondern einfach, damit ihr vorbereitet seid, wenn ihr merkt, da kommt richtig Momentum rein, da kommt Dynamik nach oben, da kommt Stress und er macht Druck und er schiebt und drückt und macht und bummst. Ja, und gleichzeitig eben auch diesen Zungenschlag rüber dann eben in diese Dienstage, die wir hier, ja, das ist auch Dienstag gewesen, die immer wieder dann so weggeknallt haben, die immer wieder so weggeknallt haben. Und deswegen, ich würde mich persönlich eher auf der Long-Seite sehen, aber eben dann eng absichern, damit man nicht so ein Ding dann wieder in den Nacken reingeschlagen kriegt. Das muss ja auch nicht sein, ja. Dann lieber einmal kurz rausgehen und neu einsteigen, wenn es sich dann doch wieder erholt und sich nicht als schlimmer Kurssturz auswirkt, ne, dann lieber einmal raus, aus Sicherheit rausgekrankt sein und wieder einen Neueinstieg suchen, als dann die ganzen Gewinne abgeben und wieder komplett unten nachrutschen. Ne, und das klappt am besten, wenn man einfach Stablos dann auch nachzieht, ranzieht, eng hält und so würde ich rangehen, ja. Also, wir haben unten 3,70, wäre ein Anlaufziel für schwäche Momente aller letzten Wochen und wenn er hochdrückt, 8,30, 8,30 immer noch wichtig, 9,40 wichtig, aber auch 13.000 und mehr möglich, ja. Also, das habt einfach ein bisschen im Ohr und dann hoffe ich, habe ich euch gut vorbereitet bekommen, wenn man, ähm, macht was draus, macht was draus, aktiv, ja. Nicht dann da sitzen und sagen, oh, jetzt passiert genau das, was er gesagt hat, oh, jetzt habe ich hier so viel Geld verloren, das ist doch dann, wenn man wissentlich, dann handelt man grob fahrlässig und das ist seinem Depot gegenüber nicht gerecht. Ja, handelt fair, seid fair mit eurem Geld und setzt es auch fair und bewusst und gezielt ein. Im Zweifel, wenn eine Situation nicht eindeutig für euch ist, dann lasst es sein, dann geht da nicht rein, ne, aber nicht immer gegenstellen halt, ne, das ist gefährlich. Das kann auch mal richtig nach hinten losgehen, wie bei den Kollegen, die jetzt hier zum Beispiel drinnen sitzen und jetzt der Markt nochmal weiter von ihnen wegrennt. Ne, das wird dann irgendwann brenzlig, so, und, ähm, wir hatten hier einen zum Beispiel, der hatte auch gesagt, das war am Abend schon, am Donnerstagabend kam der und hat gesagt, ja, das Mann, ey, einmal eine Position ohne Stablos und der rennt wie ein Beklopter los, bin schon 4000 im Minus, was soll ich machen? Das ist dann halt so, das ist auch immer so, das war auch bei mir früher so, da hast du einmal eine Position, wo du Stablos mal geschoben hast und raus und dann rennt der Markt los und dem muss man sich einfach widersetzen. Da muss man Cut reinsetzen, diese Schwachstelle, diese Angriffsstelle darf man seinem Depot nicht geben, dass es einen nackig macht. Das darf man nicht. Das muss man konsequent unterbinden und dann kann man gut traden, wenn man die Verluste klein hält und die Gewinne halt ein bisschen rausziehen kann, ja. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch viel Erfolg, wir hören uns morgen wieder. Ciao. Vielen Dank.